Herzlich Willkommen zu einem neuen Video und herzlich Willkommen in meiner Chaos-Küche. Was ist hier passiert, wird man sich fragen. Eigentlich das, was in jeder Küche wahrscheinlich abends passiert. Ich habe Abendbrot zubereitet und das ist jetzt mal die ungeschminkte Wahrheit. So sieht es aus, wenn wir Abendbrot essen. Viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, das ist unser Abendbuffet. Wir nennen das immer Buffet. Es ist für jeden meistens was dabei. Und ja, was sagst du dazu? Es ist doch ein Sommeressen, oder? Man kann das schön draußen essen. Ja, das ist ein Sommeressen. Das essen wir auch im Winter so. Ja, aber es ist gemütlich halt irgendwie. Man sitzt länger beieinander und man nascht hiervon noch ein bisschen und davon und man kann es immer wieder variieren und was anderes. Apropos naschen. Ja, was anderes auf den Teller tun. Und es ist nicht immer das Gleiche. Ich habe heute auch mal hier Flusskrebssalat geholt und was ist das? Fisch. Welcher Fisch? Eindeutig zu erkennen. Thunfisch. Lachs. Lachs. Ach, Lachs. Das ist Flammlachs. Also lecker, lecker, lecker. Ich finde es aber toll, dass du hier vor mir kniest. Ja, so ist das hier meistens. Ja, ich wollte euch mal unser schnelles Abendessen zeigen. Ich hoffe, das hat alles geklappt in der Küche und es schmeckt uns auch allen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal... Moment, ich darf auch noch was sagen. Ach so, na, es kann nichts Gutes sein. Doch. Sag's. Gut. Mutter, wir danken dir. Wie witzig von Loriot. Das ist von Loriot. Mutter, wir danken dir. Warum sagst du das nicht? Ein Klavier, ein Klavier. Ja, weil es nicht meine Mutter ist. Das wäre auch noch schöner. Naja, wie gesagt, so geht es hier immer zu. Der eine hat mehr Spaß als der andere. Und ja, meistens geht es auf meine Kosten hier, der Witz. Wo du es gerade ansprichst, wollte ich mal nebenbei sagen, ich sehe auch in den Kommentaren, dass da Sachen sind wie, warum ich so gemein bin. Wir haben es zwar schon zigmal erklärt, aber es ist wie gesagt Spaß, wenn ich irgendwas gegen Simone sage. Warum sollte ich was gegen sie haben? Ist das... Also wirklich. Egal wie oft man es sagt, es gibt Leute, die verstehen es nicht. Aber ich sage es nochmal nett, falls ihr das nicht mitbekommen habt. Es ist nur Spaß. Genau. Wenn es kein Spaß wäre, dürfte John hier gar nicht mit am Tisch sitzen. Also. Wie gesagt. Ich hoffe ihr hattet gute Unterhaltung und wir lassen uns jetzt das Essen schmecken. Und vielleicht seid ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei. Tschüss. Ja, tschüss. Also caier der Så genau mit. J回軾 dir doch es Text2 von Wenn man hier macht, man d...' Bis zum nächsten Mal.